Hier ist Dings, Fitness Company. Kannst du trainieren, Alter, kannst du Buddy werden. Hier Maskulin TV, live im Tempelhof. Es ist nur ein einziger arabischer Laden, deswegen sag ich arabische Straße und Pizza, Max. Gehört ja auch Arab an. Schmeckt aber lecker. Aber wir gehen zur Konkurrenz, zu Munchies. Schmeckt besser. Ohne Buddy Guards, auf der Straße. Keine Panik, das ist der Überfall. Zufäcker, Alter. Hier der Super-Kopf. Er hat sich küssen. Sag mal Hallo zu Dings. Alles Araber, alles Schwarzarbeiter hier drüben. Erstmal heißt der Vorname Danny und der zweite Nachname, ich glaube, Schwarz. Acholta ist der Hassan. Und Sie auch eine Schwarzarbeiter, da. Versteht mich nicht. Er heißt Rubin, mit Nachname Hassan. Acholta ist der Ibrahim. Leco, kannst du mir eine Coke Zero geben? Mann schießt, Alter, dicker. Halil hat den Namen nicht ausgedacht. Zwielgrüße an meinem Chef Halil. Mann, dicker, der macht so Business. Denkt sich sogar Dings Pizza-Namen aus. Papa Riesel, Alter. Walabila, ich liebe ihn. Das ist ein Glückwunsch, Alter. Walabila. Riesel hat Papa geboren. JJ. Wuhuuu. Hier. Gerade rausgekommen. Schon bei Maskulin-TV. Hey, Digga. Guck doch jetzt schon nicht fertig. Guck dir auch nicht nach dem Papa, wach? Hammer, Alter. Ein Tag, Alter. Ein Tag. 2,8 Kilo. Und 50 Zentimeter. Der hat mich unterschätzt. Der wiegt 5.500 Gramm. Okay? Und das gleich 97 Zentimeter. Richtiger Spartaner. Gleich Baummuskeln. Bei uns, wir sind 5 Geschwister, Alter. Bei uns ist alles okay. Jeder normal. 9 Monate raus. Gib's nicht mit Früh-Ticket, Spät-Ticket, Alter. Was ist das? Kaiserschnitt, Meiserschnitt. Wir haben eine richtig krasse Erziehung gehabt. So wie sie es gehört. Nicht so wie heute. Mein Sohn, tu das nicht. Halt die Fresse, Rüchstampe. Rüchstampe, du kleine Fatze. Siehst du den kleinen Jungen? Der kleine Fatze. Die Manny, der Typ. Ja, Mann. Mein, das hätte ich mal sagen sollen. Ja, Mann. Mein Vater hätte mich durch die Wand geschmissen und aus Maus raus. Egal wie alt du bist, Alter. Ey, da kommt der Chef. Na, hier. Jo. Jungs. Alles klar. Wo ist die Wasserpfeife? Die Wasserpfeife? Soll ich mit machen oder was?